NAME YOUR GAME Oh, was ist das denn schönes. Hoodie-Erinnerung 2. Die nehmen wir gleich gerne mit. Erika, kommst du mit? Und wo wollen wir denn hin überhaupt? Gehen wir mal die Aufträge durch. Ah, da haben wir noch schon einiges gemacht. Das geht in Ikebukuro, das geht in Nakano. Erdromons Fluchtschlag, die bösen Hacker. Wunderschöne Melodie. Man hört wunderschönen Gesang in Eden, aber ich weiß nicht, wer da singt. Hilf mir es herauszufinden. Komm, das machen wir. Wir beginnen mit der wunderschönen Melodie. Die Sängerin finden. Erstmal kontaktiere ich den Klienten und bitte um genaue Infos. Schülerin der Musikschule. Bist du der Handyman? Hallo, ich bin so froh, dass du meinen Fall übernommen hast. Ich gehe so gerne in Eden spazieren, aber beim letzten Mal ist was passiert. Während ich spazierte, hörte ich in der Entfernung eine Frau singen mit zu klarer Stimme. Noch nie hatte ich eine so schöne Stimme gehört. Ich sah mich um, aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Ich dachte, es wäre zu gefährlich, weiterzugehen, also kehrte ich um. Der Gesang kam von der Müllplasa auf Ebene 1 von Kolon. Ich weiß, dass Kolon gefährlich ist, aber ich muss wissen, wer das war. Ich habe zu viel Angst, um allein hinzugehen. Deshalb möchte ich, dass du mir hilfst und mich als Leibwächter beschützt. Wirklich? Danke! Treffen wir uns am Müllplasa? Da ist es gruselig. Lass mich nicht warten. Ich treffe mich mit dem Klienten auf Ebene 1 von Kolon auf der Müllplasa. Und genau dort gehen wir jetzt hin, bevor wir noch die Nachricht lesen. So, ich bin heute etwas träge. Geht es dir gut? Du solltest dich ausruhen und erholen. Danach muss ich mal ins Digi-Lab ein paar weitere Digimon mitnehmen. Da bist du ja endlich! Wartest du schon lange? Nein, erst seit 10 Minuten, aber ich finde diesen Ort unheimlich. Es kam mir sehr lange vor. Der Gesang? Kannst du ihn hören? Du kannst ihn nicht hören? Er ist leise, aber ich höre ihn definitiv. Er scheint von da drinnen zu kommen. Gehen wir! Wo drin, meint sie denn? Da drüben, oder was? Irgendwas höre ich jetzt auch. Hier ist nichts. Ein Hinterhalt? Ich glaube, das wird reichen. Tschüss! Gehen wir weiter. Wir sind immer noch auf Ebene 1. Hier können wir mal ein Loot starten. Export erhalten. Das sieht gut aus. Mystisch singende Stimme. La 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 la. La 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 la. Da, hörst du es jetzt? Ich wusste, dass es von hier kam. Gehen wir weiter. Da drüben muss es sein, glaube ich. Noch ein Loot. Sehr gut. Angriffszusatz. Die können wir nicht weiter. Ja, das bringt mir alles Nächste. Eventuell müssen wir zurück. Schon wieder so ein Opfermon. Und jetzt haben wir auch so ein Zunumon. Was sind die Stimme? Hier ist was. La 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 mon. Wer, wer seid hier? Du singst also. Aber Moment mal. Bist du ein Digimon? Hat meine Stimme euch hergeführt? Wie peinlich. Ich dachte, niemand könnte mich hören. Geht weg. Wie? Ich kann nicht glauben, dass jemand mich singen gehört hat. Ah, ich will in ein Loch kriechen und mich verstecken. Aus dem Weg. Ich verziehe mich von hier. Nein. Lass es nicht entkommen. Ich will es etwas fragen. Bitte bleib hier und hör mir zu. Nein. Wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht, dann muss ich mir halt Platz verschaffen. Das hat nicht sehr wehgetan. Oh, der fängt ziemlich viel aus, ne? So, jetzt komm, Meister. Puh. Critical Strike. Jetzt kommt er dran. Oder S. Ist gleich um kleiner. Letzte Attacke. Nice. Bitte, Digimon. Du heißt Lalamon, richtig? Ich bin gekommen, um dich etwas zu bitten. Bitte bring mir das Singen bei. Vieh? Dein Gesang hat mich so berührt, ich musste unbedingt herausfinden, wer so gesungen hat. Ich habe das perfekte Gehör und kann mehrere Musikinstrumente spielen. Aber im Singen bin ich richtig furchtbar. Mir steht bald ein Test im Singen, bevor ich weiß, dass ich ihn nicht schaffen werde. Bring mir deshalb bitte bei, so wie du zu singen. Berührt von meinem Gesang? Wirklich? In dem Fall werde ich dein Lehrer sein. Bist du sicher? Ich war noch nie gut im Singen. Alle haben sich über mich lustig gemacht. Deshalb verstecke ich mich und singe, wo mich niemand hört. Aber weil mich nie jemand hört, konnte ich auch nie fragen, wie die Leute meine Stimme finden. Ich freue mich so, dass dir mein Gesang gefällt. Wenn ich wirklich so gut bin, bringe ich es dir gern bei. Wunderschöne Melodie erledigt, berichtet davon an der ATL. Das machen wir. In Stigilab will ich eigentlich auch noch. Schickst du mir wieder zwei Knechte? 200%iger Scan. Tabu Mori? Ah ja. Kommen wir aus dem Labyrinth raus? Ja. Sieht gut aus. Wir gehen mal regenerieren. Hi. Wiederherstellen, das ist immer gut. Wir haben keine Produkte. Wir lassen die mal ermitteln. Was haben wir da? Die Digibank. Die Digibank. Agumon. Ah, das ist cool. Wir machen das. Die Digibank. Die Digibank. sehr schön sieht schon mal ganz ordentlich aus und wir aktivieren noch mehrere das ist ein Nyaromon und ein Pabumon nehmen wir auch gerne mit das Botamon auch schön die Schlüpfen zu sehen dann haben wir noch ein Kuromon ein Lalamon das haben wir vorhin auch getroffen Solamon ist eigentlich auch gut das Zunomon nehmen wir auch mit ja wir haben eh noch ein paar kommen die holen wir alle Solamon und Wanyamon haben wir schon aber Jokomon noch nicht sehr nice Motamamon Lass die Dinger Schlüpfen komm wir machen jetzt alle durch außer das Wanyamon hi Motimon noch und am Schluss kommt noch das Talemon neutrales Digimon weiß ich nicht so recht sehr schön können wir das weiterentwickeln Gabumon Gabumon ist doch cool oder ein Fragezeichen komm wir machen das ich bin gespannt das sieht ja cool aus so mit haben wir ein neues Team und eine Nachricht ich habe mich noch nicht an alle gewöhnt aber wir sollten miteinander auskommen sei tapfer und sprech mit ihnen wenn es Probleme gibt werde ich helfen gut gehen erst mal zurück um den Auftrag jetzt endgültig abzuschließen langen wir uns aus wunderschöne Melodie abgeschlossen perfekt